Simon, Simon, liest du mir ein Gedicht vor? Aber klar, es ist ja Weihnachten, Freunde. Also, für euch ein Gedicht und dann gibt es wieder einen Buchstaben für den Lösungssatz. Nächstes Gedicht, Freunde. Schöne Lieder, warme Worte, tiefe Sehnsucht, ruhige Orte, Gedanken, die vor Liebe klingen. Denn Weihnachten möchte ich nur mit dir verheben. Freunde, ein bisschen kitschig kann es auch sein zum Weihnachten. Also, nächster Buchstabe, das O, Freunde.